Ich zähle gleich wieder von 1 bis 3. Das gilt jetzt wieder für jeden von euch. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 unterliegst du einer optischen Täuschung. Du unterliegst einer optischen Täuschung. Deine Augen werden dich belügen. Deine Augen werden dich belügen. Denn du bist der festen Überzeugung, dass der Hypnotiseur nackt ist. Aber hör von hinten. Vor vorne sieht er ganz normal aus und von hinten ist er vollkommen nackt. Und glaubt mir, das ist kein schöner Anblick. Stell dir von 1 bis 3 über 3 kann jeder die Augen öffnen. Und du bist der festen Überzeugung, dass der Hypnotiseur nackt ist. Hör von hinten. Du nackt, der dich nackt. Wenn ich das mal schlags sage, schließe dich dein Augen. Denn du sitzt zehnmal tiefer als zuvor. 1, 2, 3. Hör mal auf. Sehr schön. Euch geht noch ein Ruf. Gut, ich will noch ein paar. Gehen wir mit dem Publikum berichten. Aber dann kann ich noch die Klose. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach, du? Was ist denn hier los? No. Was ist denn hier los? Ich muss gar nicht so schütteln. Was denn? Also, was ich sag mal, ich muss gar nicht so schütteln. Ich kann die Sachen machen, die können wir ja auch machen. Was ist denn auch für die Artenbilder? Keine Ahnung. So, hier ist die Karte. Ups. Ich muss runterkommen. Ich muss jetzt auch spielen. Was ist denn? Wie wird der Karte? Wie wird der Karte? Ich bin ja. Hier ist die Karte. Hier ist die Karte. Sie ist so. Das ist so ein schöner Hände. Kannst du bestimmt noch fester drücken, oder? Kannst fester drücken. Hier wird sie ein bisschen so breitert. Ja, genau, richtig immer hoch. Tief, tiefer, 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 tiefer. Wie geht's gut? Weißt du, was ein Hypnose-Boomerang ist? Boomerang kennst du, genau. Ich hab eine Hypnose-Boomerang, der ist unsichtbar. Wir werfen sich jetzt, und so weiter die Strift schließen sich dann raus, und du kriegst zehnmal tiefer, geschlafen. Wir brauchen ein bisschen mehr. Tief, 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 tief. Aber wir brauchen ein bisschen mehr. Tief, 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 tief. Denn kannst du kritisieren? Doch, kannst du. Weiß aber mal dein Zeig, ja? Wir tippen mal auf die Stirn. Wobald den, Fla-ti-ma-ti-ma-ti-ma. Toll, ne? Wissen man könnte, auch zu Hause. Fla-ti-ma-di-ma-ti-ma. Die Magen, die weichere Star-Racks? Aber hey, Guh, was nämlich bei Ihnen ist. Warne? Sind schön, ne? 5, 2, 1.. 5, 2, 1.... halt da.. fast으로 13-5, 3, 2..